Weiter... Ja... Was? Das letzte Raketenwerfer. Wünscht mir Glück. So wie es aussieht steht da nicht nur ein Panzerraum. Wenigstens haben wir den Hubschrauber herausbekommen. Der hat mich irgendwie am meisten genervt. Oh... Stärke. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich brauch mal kurz Deckung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Das sieht gar nicht gut aus. Boah, jetzt bin ich grad zusammengezuckt. Wow. Der kam unerwartet. Ja. Okay, da kommt der Panzer. Tarnfeld aktiviert. So. Ausgeschaltet. Gar nix. Du mich auch. Oh shit. Oh shit, hey. Quicksave. Boah, ist das heftig. Ich hatte... Das große Finale von Crysis anders vorgestellt. Leichter. Da kann ich nicht durch, wenn der da die ganze Zeit drauf feuert. Da ist er. Okay, er bewegt sich. Tarnfeld aktiviert. Boah, geschafft. Quick Save. Jetzt sag mal bitte nicht, dass da noch mehr Panzer kommen. Na, dahinten steht noch mal einer. Da. Da. Das Tower Gebäude wird das da hinten sein. Das hier wird's Tower Gebäude sein. Hm. Naja, gut. Den könnte ich auch schalten, aber... Probieren wir's einfach. Geht doch. Das war sehr gut. Ja, leider brauchen wir für die zwei Schuss. Quick Save. Ja, manchen... Mag das gleich komisch vorkommen, aber ich mach das lieber... Oh. Ja, Mann. Oh, scheiße. Da oben steht einer. Den werde ich mal ganz schnell runterholen. Tarnfeld aktiviert. Den Raketenwerfer auch, den sollte ich schnell hier machen. Ich glaube, hier ist es besser, wenn ich hier einen Schalldämpfer drauf mache. Fällt's nicht so auf. Rauchgranaten voll. Ja, hier. Nehmen Munition. Take this. It's good. Genau so. Die noch nachladen. Ja, Mann. Genau so. Ah. Ah. Wer schießt da auf mich? Ah. Wow. Quick Save. Ich hab so Schiss hier. Ist da irgendwas? Vielleicht bin ich aber im Fernglas 7 so halt, ist viel besser. Nein. Na toll. War ja irgendwie klar, oder? Bei unserem Glück. Tarnfeld aktiviert. Jetzt gibt's die Kloppe. Wo fährt er hin? Dahin steht da noch mal einer. Ja, Mann. Ja, Mann. Genauso. Was steht da hinten noch? Ein normaler Truck. Nur. Da hinten steht noch mal einer. Oder? Keine Ahnung. Ne. Hier ist auf jeden Fall Flugzeug abgestürzt. Wenn der Flughafen davor mal... Ja, das müsste... Ich fühl mich hier so offen. Hier gibt's keine Deckung. Ich hab davon aber vorher nochmal einen gesehen. Bingo. Ja, da ist er. Ja. Habt ruhig da stehen. Tarnfeld aktiviert. Mach euch nix. Hehehe. Das ist da reingefahren. Na toll. Energie kritisch. Ja, hier kann ich... Maximale Panzer um. Oh je. Das wird nix. Oh Mann, jetzt komm. Ach komm jetzt. Also... Ach komm jetzt. Also... Maximale Stärke. Oh Mann, das bleibt doch mal stehen. Alter, geht der mir auf die Nerven. Geh ent... Alter, da ist er, da ist er, da ist er. Tarnfeld aktiviert. Ah, der kommt da hinten. Oh, guck. Interessant. Das ist aber auch verfehlt. Oh, das war so klar. Auf den ganzen Scheißweg wieder zurück. Ja, auf. Okay. Ich hab eine Idee. Maximales Tempo. Äh. So. Maximale Panzer um. Ich hab eine Idee. Ihr könnt da sicher schon denken welche. Mhm. Mhm. Boah, bin ich kaputt. Maximales Tempo. Maximale Panzer um. Ich brauch Munition. Schön mitnehmen alles. Ähm. Ähm. Ich hab fast nie die Gelegenheitsgarmonition zu kriegen. Und ich weiß nicht wie lang es noch geht. Und ich weiß nicht was noch kommt. Wer weiß das schon. Maximales Tempo. So. Ja, ganz spannend für euch. Ähm. Ähm. Aber trotzdem. Es ist wichtig. Drei. Äh. Äh. Ja. Bis zu dem noch. Maximale Panzer um. Oh, jetzt. Maximale Panzer um. Muss ich aufpassen. Wenn der mich kriegt, bin ich etwas. Ähm. Okay. Ich hab grad gedacht was da draußen los ist. Warum fährt der immer wieder da rein? Das nervt so. Oh, 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 oh. Da oben ist wieder so ein Freund. Okay, 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 okay. Oh, äh, der Teil war schon abgelaufen. Und, Pause.